Es sind fast zehn Minuten Applaus jetzt, Professor Korte, vielleicht sind wir auch schon drüber. Was sagt uns das? Angela Merkel alternativlos oder eine starke Rede? Alternativlos. Viele der Teile, die sie heute vorgetragen hat, sind bekannt. Das war überraschungsfrei, aber es ist ein Kurs des Weiters so. Ihr kennt mich, ich mache weiter so, ich kümmere mich um euch. Ich bin für jede kommende Frage offen und werde als Krisenlotsin versuchen, damit umzugehen. Es ist kein Veränderungsaufruf, kein Changemaker, die international heute eine große Rolle spielen. Kein Bedürfnis, etwas wirklich anderes zu machen und auch anzubieten. Auch keine große umgreifende Idee, mit der man ein neues Mandat für die kommenden vier Jahre haben möchte. Hat das Kohl'sche Qualität? Ja, kann man sagen. Sie ist ihre eigene Nachfolgerin. Sie bleibt sich treu, sie hat ihre Haltung dokumentiert. Sie lässt sich nicht anbiedernd nach rechts oder links herausfordern. Sie möchte nicht Ängste therapieren. Sie sagt so, dass sie selbst auch in vielen Bereichen nicht immer Entscheidungen getroffen hat, die gut ankamen. Das hat sie ja sehr selbstkritisch auch eingeräumt. Herr Schärfer hat es eine konservative Rede genannt, vielleicht die konservativste. Bewusst, um die einzufangen, die Sie kritisieren oder die neue Angela Merkel, wenn man es ganz weit treiben würde? Sie steht nach wie vor für eine progressive Mitte, die sie versucht anzureichern mit verschiedenen Koalitionspartnern, um am Ende mehrheitsfähig zu werden. Ihr Gesellschaftsbild, ihr Familienbild ist durchaus etwas Progressives, was den Konsens der Bundesrepublik als Leitbild geradezu widerspiegelt. Das Konservative kommt über die Themen Vielfalt, Heterogenität, der Versuch, Zusammenhalt zu konstruieren. Und da war sie in der Rede konservativer als bisher. Auch Verschärfung im Hinblick auf den Leitantrag, der ansteht, ist ein Teil der Wirklichkeit, die sich nach einem Jahr nach dem Karlsruher Parteitag eingestellt hat. Aber ich kann nicht erkennen, dass die Grundmelodie konservativ schon ausbuchstabiert ist. Denn die drei Eckpfeiler, die sie genannt hat, wirtschaftliche Aspekte der sozialen Marktwirtschaft, den Zusammenhalt stärken insgesamt und auch für die Demokratieoffenheit sich einzusetzen, sind jetzt keine besonderen konservativen Bekenntnisse. Also man denkt automatisch, Villon in Frankreich greift praktisch mit konservativen, erzkatholischen Themen Reform euphorisch an. Das war es hier nicht. Die größte Lautstärkung, den größten Applaus gab es bei allem, was rund um die Flüchtlingspolitik eine Rolle spielt. Vollverschleierung, da war es nach meinem Dafürhalten am lautesten hier im Saal. Er hat Schaffer hat es auch entsprechend kommentiert. Wie weit ist sie den Abgeordneten da entgegengekommen? War das ebenfalls alternativlos, dass sie da kommen musste? Ja, da hat sie geradezu für sich selbst nachgerüstet, aber sie hält sich an Recht und Gesetz und fordert alle auf, sich daran auch zu halten. Also das Grundgesetz ist in dieser Frage relativ eindeutig. Sie wird nicht den Weg mitgeben, Vollverschleierung immer und überall zu verbieten. Da zieht sie auch immer wieder Grenzen. Das hat sie oft markiert. Sie lässt durchaus auch eine Partei rechts von ihr entstehen. Aber da hat sie ja offensichtlich den Kern der Basis getroffen. Also wenn sie zugehört hat, den Reaktionen, dann müsste sie da ja was verändern. Ja, da hat sie ein bisschen nachgelegt zwischen Karlsruhe und hier, hat sie Verständnis geäußert. Aber dass sie auf die Empörungsbewegung, die es auch innerhalb der Union gibt, damit genügend Antworten gegeben hat, da habe ich doch meine Zweifel. Denn man muss nicht auf brutale Bitten permanent zurückzutreten, aus welchen Gründen auch immer irgendwie reagieren, sondern man muss mit Argumenten umgehen. Und diese Koalition der Empörten, auch der zukunftsängstlichen Empörungsbewegung, da finde ich, hat sie zu wenig in ihrem Bausteinkasten geliefert. Denn die Verunsicherung ist ja auch in diesen Reihen hier da. Hier sitzen heute Profis, aber sie sind konfrontiert vor Ort mit vielen an der CDU-Basis, die nicht wirklich folgen können. Das werden wir dann wahrscheinlich am Wahlergebnis sehen. Herzlichen Dank, Karl-Rudolf Korte, für den Moment. Die Aussprache zur Rede der Parteivorsitzenden hat begonnen. Und der erste ist der Junge Union-Chef, Paul Zimirk.